Der Fotosoftwarehersteller TXO hat die Nik-Kollektion von Google erworben, und plant sie weiterzuentwickeln. Das sind gute Neuigkeiten für die Fotokommunity, denn Google ließ die immer noch exzellenten Effektwerkzeuge einen langsamen Tod sterben. Der französische Fotosoftwarehersteller TXO hat Google die Nik-Kollektion abgekauft. Google hatte im September 2012 das 1995 in Hamburg gegründete Unternehmen Nik Software übernommen. Um dessen Effekt Toll Snapseed für die eigene App-Strategie auszuschlachten. Die professionellen Photoshop-Look-Ins ließ Google einen langsamen Tod sterben.